McKenna Grace, Marseille Martin und Isabella Merthet sind das wilde Dreiergespann im neuen Animationsfilm Spirit ungezähmt. Im Juni kommt der neue Animationsfilm Spirit ungezähmt in die Kinos. Er erzählt von Freiheit, Wildheit und einer tollen Freundschaft zwischen drei Mädchen. Diese werden gesprochen von den Jungstars McKenna Grace, vielen vielleicht bekannt als Präsidententochter aus Designated Survivor, Marseille Martin aus der Fernsehserie Blackish und Isabella Merthet, die man aus Filmen wie Tage wie dieser oder Transformers The Last Night kennt. Produziert wurde natürlich unter Pandemiebedingungen. Und so kann es auch schon mal dazu kommen, dass man das Gefühl hat, sich zu kennen, obwohl man sich noch nie gesehen hat. So beschreiben zumindest Martin und Grace die Arbeit am Film. Because throughout every single session we would get more updates on how far the project is and seeing and hearing everyone's voices is pretty dope too. But yeah, I feel like one of these days we'll meet each other. So it was funny. I remember like sitting in the studio one day and I was like, you know, going off like having to tell one of the stories. And I was like, I just realized they're going to have to listen to this and act off of me going wild in their ears. But yeah, it's funny. We've never met, but I feel like I know them. Irgendwann werden sie sich also auch bestimmt mal persönlich treffen. Das Gefühl, sich zu kennen, haben sie jetzt schon. Doch jetzt mal zu den Charakteren, die sie sprechen. Die Regisseurin Elaine Burgern war es wichtig, jedem Charakter ein bestimmtes Thema zuzuweisen. Und da ich mir darunter nur schwer etwas vorstellen konnte, habe ich einfach mal nachgefragt, was die Charaktere ausmacht. I mean, for Abigail, it was definitely just light and fun. And she was just, you know, her theme, I don't know, she's just very like happy. The comedic relief in a happy movie, I suppose, if there is such a thing. But she's just, you know, positive. And I guess that's hers. Und wie definiert Martin ihre Rolle als Prue? I feel like for Prue, I feel like she's always down, like she always got a plan for herself. So she's very, I don't even know how to explain it, but she's very determined, for sure. And she always wants to make sure things go to plan and she supports her friends super well. So she's an amazing supporting character. But no, I mean, I would say like she's a G, like she's a professional on her horse and like she owns it. So I mean, she's definitely confident in her own way. Jetzt fehlt noch die dritte im Bunde, Merthet, die Lucky spricht. Yeah, I mean, honestly, I could use all those to describe Lucky as well. I think the one thing that our characters have in common is that we just, at the end of the day, we're all embodying qualities of like powerful women that we know in our daily lives. And like that's something that a lot of younger people can relate to. And it's something that we need, you know. You should have supportive, strong women around you. And I think that's exactly what this little group is. You know, we got the goofy, we got the sassy, we got the crazy. We got it all. And it's just so much fun. You can feel it through the scenes. Abigail ist also ein Mädchen, das ein bisschen verrückt ist, immer positiv denkt und stets versucht, ihren Freunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Prue ist dagegen eher die Strategin, die einen Plan auch mal skeptisch beäugt, aber wenn es dann sein muss, mit Entschlossenheit ihre Freunde unterstützt. Und die Rolle der Lucky vereint irgendwie die Eigenschaften der beiden anderen. Sie ist eine starke Frau und das ist auch ein gutes Stichwort. Manch einer möchte nämlich vielleicht behaupten, dass ein Film, in dem es um Pferde und eine Frauenfreundschaft geht, nur etwas für Mädchen ist. Oder ist der Film etwas für jeden? Ja, natürlich. Ja, ich denke, jeder kann Spaß mit dem Film haben. Ich denke, es ist etwas, es ist mehr eine Reise. Und in einer Reise kann jeder, der sich involviert oder sehr investiert wird. Es ist definitiv ein Familienfilm. Es ist etwas, das man mit der Familie sehen kann. Und jeder kann das Theater lassen und fühlen sich etwas. Das klingt einstimmig nach einem Film für die ganze Familie. Doch jetzt nochmal eine Frage zu euch persönlich. Könnt ihr euch mit euren Charakteren identifizieren? Oh, um, I feel like me and Prue, we're very goal-driven. We always like to make sure, um, we're kind of like perfectionists in our own way as well. We want to make sure things go to plan. And, um, no, I mean, I mean, that's about it. She got, she got amazing hair. She got pretty dope hair. But no, and she has an amazing relationship with her father, which I love. So, um, I also have a great father-daughter relationship with my dad, so. Yeah, I guess, uh, she's fun, wild, and free. And then I'm, I'm, I'd say we have a lot in common because we're both really impulsive. And we really like animals. And yeah, we're just impulsive. I don't know. I think that Abigail and I are very similar. I think that we both, um, give golden retriever vibes. I think, I think, she's just really fun and positive. And she plays the ukulele. So that was super fun. I'd bring my uke in every day. And she's just so fun, loving, you know, get on your nerves sometimes if you're not in the right mood for it. But she's also just like such a fun ball of positivity, you know. Yeah, if someone gets annoyed by it, that's their fault. Like, she just has intentions. Like, you're just boring if you don't like it. That's all, I gotta say. Da hat das Casting auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Martin hat sich sehr in der Vater-Tochter-Beziehung wiedergefunden. Merced ist ebenso ein Wildfang wie Lucky. Und Grace hat ähnliche Golden Red River-Vibes, wie sie es so schön gesagt hat. Das war Fufis Film und Fernsehen in Serie mit McKenna Grace, Marci Martin und Isabella Mertet. Sie sprechen die drei Freundinnen im neuen Animationsfilm Spirit ungezähmt, der im Juni in die Kinos kommt.